In diesem Video werde ich Ihnen etwas zu benötigten Hardware erzählen, wenn Sie mit VR im Unterricht einsteigen möchten. Im ersten Teil stelle ich Ihnen verschiedene VR-Headsets vor, von einfach und günstig bis zu komplex und teuer. Im zweiten Teil dieses Videos werde ich Ihnen unterschiedliche 360-Grad-Kameras vorstellen, wenn Sie selbst in die Produktion von VR-Inhalten einsteigen möchten. Die wohl einfachste und auch günstigste Methode, mit VR im Unterricht einzusteigen, sind die sogenannten Cardboard-Headsets. Diese bestehen, wie der Name schon sagt, meist einfach aus Pappkarton und lassen sich in wenigen Schritten durch Falten zusammenbauen. Vorne legt man lediglich noch ein passender Smartphone mit entsprechender VR-Cardbox-fähiger App ein und schon kann der Ausflug in die virtuelle Realität beginnen. Für den Einsatz im Unterricht kommt diese Technik leider sehr schnell an die Grenzen. Zum einen lässt sich der Linsenabstand bei diesen Brillen in der Regel nicht verändern, was zu einem verschwommenen Bild führen kann. Zum anderen setzt diese Einsatzart voraus, dass die Schülerinnen ihre eigenen Smartphones in das Cardboard-Headset einsetzen. Und das kann zu vielfältigen Problemen führen. Sei es, dass nicht alle Smartphones der Schülerinnen die entsprechende Leistungsfähigkeit besitzen, die Akkus gerade nicht geladen sind oder sich die benötigten Apps nicht auf den Geräten installieren lassen. Eine ebenfalls kostengünstige Alternative hierzu stellt vom Prinzip her ähnliche VR-Headsets aus Plastik dar, die Bauart bedingt etwas mehr Einstellmöglichkeiten beim Linsenabstand oder des Abstands des Displays zu den Augen ermöglichen. Die zuvor angesprochenen Probleme für den unterrichtlichen Einsatz bleiben aber bestehen, da auch hier die Smartphones der Schülerinnen eingelegt werden müssen. Ein hochauflösendes Erlebnis wird mit den VR-Headsets erzielt, die mit besonders leistungsstarken sogenannten Gaming-PCs betrieben werden müssen. Die eigentliche Rechenleistung wird dabei vom PC gestellt und das VR-Headset übernimmt dabei nur die Anzeige der beiden Bilder für die Augen und das Tracking, also die Ortung der Brille und der Controller im Raum. Diese PC-gebundenen VR-Headsets benötigen derzeit noch sogenannte Satelliten, die im Raum positioniert werden müssen. Das sind kleine Sender, die im Raum aufgestellt werden müssen. Mithilfe dieser Satelliten weiß das VR-Headset dann genau, wo es sich befindet. Alternativ zu den Satelliten nutzen manche Brillen auch eingebaute Kameras im Headset und können so auf zusätzliche Satelliten verzichten. Mit den Satelliten oder alternativ den eingebauten Kameras erhält man die sogenannten 6DOF. Das bedeutet Six Dimensions of Freedom, also dass wir uns in sechs Dimensionen im Raum frei bewegen können. Alternativ hierzu gibt es auch die sogenannten 3DOF, bei denen nur die Kopfdrehung und Neigung sowie die Neigung und Drehung des Handcontrollers erfasst werden kann. Die Immersion, also das Eintauchen in die virtuelle Realität, ist mit 6DOF wesentlich größer als nur mit 3DOF. Ebenfalls mit dabei sind bei diesen Headsets meist zwei Handcontroller, die je nach Marke unterschiedliche Knöpfe und Steuerungsmöglichkeiten besitzen. Da die PC-gebundenen VR-Headsets meist eine Kabelverbindung zum PC benötigen, ist hier besonders darauf zu achten, dass Schülerinnen nicht bei der Nutzung des Headsets über das Kabel stolpern. Es gibt auch Adapter, die eine kabellose Übertragung ermöglichen, sodass diese möglichen Stolperfallen umgangen werden können. Für den unterrichtlichen Einsatz haben diese PC-gebundenen VR-Heads den Vorteil, dass man das sichtbare Bild des Trägers ebenfalls auf dem PC sieht und dieses Bild über einen angeschlossenen Beamer recht einfach der kompletten Klasse zeigen kann. Die Nachteile dieser Systeme sind der Aufbauaufwand durch die Satelliten und der Preis. Für solch ein VR-System inklusive leistungsstarken PC müssen mehrere tausend Euro ausgegeben werden, was auch dazu führt, dass in der Regel nur eine Person den Unterrichtsanhalt in VR erleben kann und die anderen Schülerinnen einzeln durchwechseln müssen, um das VR-Headset nutzen zu können. Für den Einsatz im Unterricht, meist die beste Wahl, stellen die sogenannten Standalone-VR-Headsets dar. Sie benötigen keinen separaten PC, sondern haben die komplette Technik ohne Kabel und ohne Satelliten in sich selbst verbaut. Das Tracking funktioniert dabei entweder über Lagesensoren im Headset selbst oder über ein sogenanntes Room-Scaling. Dabei erfassen mehrere Kameras am VR-Headset die Umgebung und können somit berechnen, wo genau sich das Headset und die Controller in Relation zum Raum befinden. Auch bei diesen Headsets sind mittlerweile 6DOF möglich. Ein weiterer Vorteil für den unterrichtlichen Einsatz ist der Preis und die Mobilität dieser Headsets, da sie in der Regel deutlich günstiger sind als die Anschaffung der PC-gebundene Headsets inklusive Gaming-PC. Die Anschaffung mehrerer Headsets ist damit durchaus bezahlbar. Mittlerweile bieten auch mehrere Medienzentren das Entleihen von mehreren Headsets für den Einsatz im Unterricht an, sodass auch mehrere Schülerinnen gleichzeitig die Möglichkeit haben, in das VR-Erlebnis eintauchen zu können. Ein Nachteil der Standalone-Headsets ist derzeit aber noch, dass sich das VR-Erlebnis oft nicht ohne Umwege über einen Beamer im Klassenraum anzeigen lässt. Sowohl die PC-gebundenen als auch die Standalone-Headsets bieten je nach Modell unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten am Headset selbst. Neben der Regelung der Lautstärke ist vor allem noch die Regelung des Linsenabstands von großer Bedeutung. Nur so kann man sicherstellen, dass wirklich ein scharfes Bild für die Nutzerin des Headsets entsteht. Die Controller haben je nach Modell mehrere Tasten- oder Bedienmöglichkeit, In der Regel besitzen die Controller aber immer einen sogenannten Trigger. Das ist die Taste, die sich mit dem Zeigefinger bedienen lässt. Manche VR-Headsets und entsprechende Anwendungen können bereits vollständig auf die Controller verzichten. Sie tracken dabei mit den eingebauten Kameras die Hände der Nutzerin und stellen diese virtuell in VR nach. Kommen wir zu den 360-Grad-Kameras. Die Produktion von eigenen 360-Grad-VR-Inhalten durch Schülerinnen ist eine lohnende und hochmotivationale Einsatzmöglichkeit von VR im Unterricht. Wenn man sich dabei nicht nur auf bereits vorhandenes Bildmaterial beschränken möchte, sondern selbst 360-Grad-Szenen und 360-Grad-Videos aufnehmen möchte, benötigt man über kurz oder lang eine sogenannte 360-Grad-Kamera. Preislich reichen diese Modelle von ca. 80 Euro bis hin zu mehreren 1000 Euro für hochauflösende Profimodelle. Für den schulischen Einsatz sind meist Kameramodelle im Preissegment zwischen 300 und 500 Euro vollkommen ausreichend. Diese besitzen in der Regel zwei hochauflösende Kameras, die durch die Fisheye-Technik komplette 360-Grad sowohl als Bild als auch als Video aufnehmen können. Unterschiede bestehen dabei noch in der möglichen Auflösung und in der Stabilisierung, die vor allem bei 360-Grad-Videos von Bedeutung ist. Kleiner Hinweis aus der Praxis. Durch ihre Wölbung zerkratzen diese Linsen sehr schnell, wenn man die Kamera ablegt. Und Kratzer auf der Linse liefern gerade bei sonnigen Settings unschöne Störelemente in den Aufnahmen. Am besten die Kamera immer auf dem Stativ lassen oder ansonsten direkt in eine Schutzhülle packen. Hörpreisige Kameras arbeiten dann oft mit mehreren Linsen. So entstehen Bilder und Videos, die noch höhere Auflösung bieten. Da für den schulischen Einsatz solche hohen Auflösungen meist keine Rolle spielen und von vielen VR-Headsets auch nicht dargestellt werden können, genügen in der Regel die günstigeren Kameras. Wenn Sie eine 360-Grad-Kamera für den unterrichtlichen Einsatz auswählen, sollten Sie noch auf ein paar Dinge achten. Zum einen benötigen Sie ein Stativ für die Kamera. Manche Kameras können die Stative bereits beim Zusammenrechnen der Einzelbilder zu einem 360-Grad-Panorama, das wird übrigens Stitching genannt, bereits herausrechnen, sodass es später in den Aufnahmen nicht mehr zu sehen ist. Sie sollten außerdem darauf achten, dass Ihre 360-Grad-Kamera einen Selbstauslösermodus mit mindestens 10 Sekunden Verzögerung besitzt. Nur so können Sie sicher sein, dass sich die Schülerin auch auf offenem Gelände noch rechtzeitig außerhalb des Bildes begeben können. Mit entsprechenden Adaptern lassen sich die 360-Grad-Kameras auch auf Autos, an Helmen oder sogar unter Drohnen befestigen. Für den Einstieg ist es auch möglich, mit dem Smartphone oder der Spiegelreflexkamera und einer entsprechenden App 360-Grad-Panoramas zu erstellen. Einfacher in der Handhabung und für den unterrichtlichen Einsatz geeigneter sind aber auf jeden Fall die beschriebenen 360-Grad-Kameras. Einfacher in der Handhabung und für den Unterricht